Wir kommen dann bei Ali, Ali hat gewonnen. Ali, boah, ihr kleiner Mann hat vor einer Woche ein Lied rausgehauen, okay. Wo ist denn Alis Lied? Hä, ist gar nicht draußen, oder was? Ach doch, da. Okay, so Chat, wir reagieren jetzt auf Ali471-Domino, ja. Ja, okay, Kommentare 4000, sehr wild, geht auf jeden Fall ab. Let's go. Oh, Video wird wild, ich sehe es schon kommen. Puh, es knallt schon rein, Digga, mal eine ganz, ganz andere Richtung auch, ne. Daran merkt man das, Ali, wirklich, er kann in viele Richtungen gehen, ja, ist das Geile. Jawohl, ja, Ali, Alampe, grobe elf. Stunts, Mann, zu unserem Machen. Aber cool gemacht, Digga, cool gemacht. Ja, ich dachte gerade, ich gucke, Alampe, grobe elf, Digga. Wieder mal unbekannt auf meinem Telefon. Auch wenn es dunkel war, wie das Seefell und Nein. Wird doch nur derselbe sein. Nein, ich war nie fehlerfrei. Ich gehe diesen Weg allein. Ich bin viel zu lange wach, jeden Tag, und ich fahre durch die Nacht hin und her. Boah, es knallt aber mies rein, ich schwöre, es ist hier on fire. Das ist ein richtiger Ohrwurm, Digga. Ist das Prodi, Alter? Das ist Prodi, Alter. Ich vermisse, wie es war, ohne Zahn, doch ich reich meine Hand, keine mehr. Auch der Beat ist ganz anders, so wie man ihn gar nicht so kennt, ne? Also so'n Beat würde man jetzt auch gar nicht von allen erwarten, glaube ich. Aber es ist ein geiler Beat, Digga. Ich habe Bilder im Kopf, immer wenn ich ins Zimmer reinkomm. Denn wir sind Kinder vom Block. Kein Plan, ob ich mir sicher sein soll. Knie nieder vor Gott, bitte für klare Sicht. Augen sehen, doch sie glauben nicht. Seit wie sie meint, ist jeder da für mich. Das sagt ihr, Chat? Also ich fühl's, Digga, feier ich. Das ist immer noch eine andere Richtung, ne? Nicht immer so dasselbe, wie die meisten das machen. Immer wieder so ein bisschen Abwechslung, weißt du? Feier ich schon übertrieben. Doch ich war jahrelang allein am Tisch. Viele Fehler, heute bezahl ich. Ich red mir einfach keine Panik. Hola Memo, ich muss grad wegen Memo lachen. Hola Memo. Ein J hier, nur am Essen, der Junge. Außer den Zahlen hat sich gar nix. Doch schau in den Spiegel, wo ist Salim? Ich bin viel zu lange wach, jeden Tag. Und ich fahr durch die Nacht hin und ab. Digga, die Hook ist absolut, Digga. Ich schwör's dir. Ich vermisse, wie es war ohne Zahlen. Doch ich reich meine Hand keinem mehr. Glaub mir, Chat. Na, die, die es vielleicht nicht fühlen, wenn ihr den ein paar Mal hört, der wird richtig kommen, Digga. Es wird so ein Ohrwurm werden, ne? Motto, glaub mir. Okay, 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 okay. Nice, 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 nice. Wie immer, man feiert nice auf jeden Fall. Auch fette Box, ne? Also Tasche, richtig geil ummenge Tasche, Dior-ähnlich. Oberteil, 4,7-Miles, okay. Und wahrscheinlich noch was drin, ne? Zwei Sachen wurden angekündigt, okay. 9. April, da hat mein Bruder geburtet, okay. Weiß ich aber, was ich dem schenke. Okay, nice, Chat. Was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? What we have noch? Hä? Wirklich, da hat schon. Und jetzt kommt die, wir noch zu know.